Let the party begin! Turn out the lights out! Okay, einmal geht's. Freunde, jetzt geht's los! Okay, okay. Platz mehr. Weil ich brauche Nageln. Ah, Nägel. Ja, den kannst du herstellen. Ich brauche Nageln. Ja, die will mal hier an der rote Rübe ran. An der roten Rübe will sie ran. Ohlala. Ich hab Knäuer. Los, scheiß ein Ei aus. Lisa, wie redest du denn du? Entschuldigung. Kannst du mir dein Ei aus... ...aus...werfen. Aus...aus...brüten. Ausbrüten ist wobei auch was Falsches. Ist auch falsch. Gib ein Ei. Produzieren. Produzieren ein Ei für mich. Okay, ich hab ein Ei hingelegt. Was muss ich noch... Das hört sich aber auch falsch an. Miko, dankeschön! Irgendjemand hat ja rumgespielt. Wer hat nur rumgespielt? Das ist roh gespielt. Ja, aber nicht meine! Nimm deinen eigenen! Lisa! Ich bin in das verkehrte Loch reingefallen. Ah ja! Ah, ich falle rein. Ein Loch, ne? Ein fahrlässer. Wo bist du jetzt reingefallen? Wieder ins Loch? In dein Loch. Können wir bitte aufhören, davon schon reden? Ey, Lisa, hättest du ruhig mal saugen können. Lisa, das ist verstörend. Alter, ich hab einen Hammer. Ist das ein Nebo oder sowas? Oh, Karte. Ich hab keinen Zauberstab, aber ich hab einen Hammer. Sehr gut. Papierbox. Alter, jetzt muss ich das alles wieder machen. Alter, ernsthaft? Kleben verloren. Leute, kann man mir das Wasser anmachen oben? Ich hab einen Richter trichtet. Ah, einen Trichter gerichtet. In der Richter. Ihr wisst, wenn ihr Opie nicht versteht, dann hat er irgendwas im Mund. Ach Gott. Ich liebe dich nicht. Ich dich auch. Der andere, was nicht dazu gehört. Es ist ein richtiger Spieler. Ja, aber das gehört nicht dazu. Der gehört nicht offiziell dazu. Sicher gehört er dazu. Er ist jetzt in unserem Team. Ganz offiziell, Lisa. Also nicht auf ihn schießen. Nein. Okay. Ich hab einen Spermiumblei gegossen. Das muss ich jetzt allen neuen zeigen. Vorher war es eine Laterne und jetzt ist... Da. Kannst du nicht einfach bei der Laterne bleiben? Das von mir aus ist eine Wunderlampe. Wunderlampe. Ja, dann bleibt es deine Wunderlampe. Aber die rubelt man auch und dann... Nee. Lisa, hör jetzt auf. Ah, meine Oma hatte heute Geburtstag. Alles Gute, Oma. Falt mir grad ein. Sehr gut, Lisa. Was denn? Willst du dich nicht anrufen? Im Himmel? Nicht die Oma. Die hat aber Geburtstag gehabt. Achso. Ja, das weiß ich auch nicht. Deswegen hab ich jetzt nach oben gedeutet. Im Himmel. Willst du dich nicht anrufen? Hast du die Nummer? Hab ich. 0, 0, 0. Ich bin nach Hause zu telefonieren. 0, 0, 0 Sternchen, Sternchen, Rotte 3. Glaube ich war die Durchwahl. Okay. Break it Break it Break it